Die Region Rojava im Norden Syriens. Land zwischen Euphrat und Tigris, seit alten Zeiten Kornkammer des Mittleren Ostens. Hier leben schon immer Kurden, gemeinsam mit arabischen Stämmen, ethnischen und religiösen Minderheiten. Getrennt durch von europäischen Mächten willkürlich gezogene Grenzen. Auf der anderen Seite der Mauer die Türkei. Sie droht mit einem militärischen Einmarsch, den sie weiter westlich in Afrin schon wahrgemacht hat. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs wurden die Kurden gezwungen, in vier verschiedenen Staaten zu leben. Türkei, Syrien, Irak und Iran. Dem Traum von einer eigenen Nation wurde ein gewaltsames Ende gesetzt. Es folgten Jahrzehnte der Unterdrückung durch das autoritäre syrische Regime. Im Zuge des Bürgerkrieges übernahmen die Kurden 2012 die mehrheitlich von ihnen bewohnten Gebiete weitgehend kampflos. Seitdem ist es den syrisch-demokratischen Streitkräften unter dem Kommando der Kurden gelungen, die Region vom islamistischen Terror zu befreien. Heute leben zusätzlich über eine Million Binnenflüchtlinge aus ganz Syrien in Rojava. Unter Führung der kurdischen Partei PYD begann gemeinsam mit den Minderheiten für Rojava ein neues Gesellschaftsprojekt. Der Aufbau einer basisdemokratischen Selbstverwaltung. Damit verzichten die Kurden auf einen eigenen Staat. Ziel ist eine autonome Region innerhalb eines föderalen Staates Syrien. Aber auch das syrische Regime bedroht die Autonomie Rojavahs. Überall ist ein enormer Aufbauwille spürbar. Für die Entfaltung der zivilen und wirtschaftlichen Strukturen spielt die Beteiligung der Frauen eine zentrale Rolle. Kern ist die lokale Selbstorganisation. Hier gibt es eine Verfassung, das nennt sich der Gesellschaftsverfrag von Rojava und das ist sozusagen der theoretische, der konzeptionelle und fiktive ideelle Umriss des Ganzen, aber auch die Zielsetzung und die Idee. Die Gesellschaft soll organisiert sein auf Grundlage von Kommunen, das ist die unterste und wichtigste Ebene. Die sich dann in Stadtteilräten zusammenschließen und diese Stadtteilräte dann sich dann in einem Stadtrat zusammensetzen und der Rat in eine Region oder Kanton und Kanton in eine gesamte Region. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Hilfe. Wir sind als Flüchtlinge hier in Amude und bekommen keine Hilfspakete. Wo wohnen Sie? Hier in der Nachbarschaft. Die nächste Hilfslieferung kommt erst in 15 Tagen. Hast du Anspruch darauf? Hast du das Familienbuch mit? Ohne das habe ich auch nichts bekommen. Ich suche nach dem Familienbuch. Du musst es mir geben, dann kann ich deinen Antrag stellen. Die Nummer des Familienbuchs ist doch die gleiche wie in meinem Ausweis. Ohne das Familienbuch können wir dir nicht helfen. Es tut mir leid, das ist die Voraussetzung für die Organisation der Hilfe durch die UNO. Sie muss in das Familienbuch gestempelt werden. Bei der nächsten Lieferung bist du dran. Aber bring das Familienbuch mit, wenn du kommst. Ich habe zwei Söhne im Militärdienst und bin allein mit meinem kleinen Sohn. Uns geht's allen genauso. Mein Sohn kämpft auch. Aber ihr müsst zwischen hilfsbedürftigen Flüchtlingen und den Einheimischen hier unterscheiden. Alle unsere Kinder sind an der Front. Ich könnte jetzt viel mehr erzählen. Mein Sohn ist auch an der Front und ich habe bisher kein Hilfspaket bekommen. Manche klopfen bei denen von der Selbstverwaltung an und die helfen dann zuerst ihren Verwandten und Freunden. Nein, alle bekommen Hilfe der Reihe nach. Außerdem hängt es vom Umfang der Lieferungen ab. Wir sind seit drei Monaten hier. Vor drei Monaten habe ich mich schon bei euch angemeldet. Seit wann bist du hier aktiv? Seit fünf Jahren bin ich im Stadtteil aktiv. Aber schon seit 20 Jahren Sympathisantin. Wie ist es gelaufen in den fünf Jahren? Gut. Am Anfang gab es Schwierigkeiten für uns und die Bevölkerung. Aber jetzt ist es besser geworden. Wir haben den Menschen die Idee der lokalen Selbstverwaltung vermitteln können. Die Bürger wissen, was wir machen. Und wir wissen über ihre Lage Bescheid. Welche Probleme sie haben, unter was sie leiden. Wir arbeiten hier nicht für unseren privaten Nutzen, sondern es geht uns um die Lage jeder einzelnen Familie. Wir gehen in die Haushalte und fragen nach ihrer Situation. Inzwischen wissen wir, worunter sie leiden oder welches Medikament sie benötigen. Es geht um die Idee, dass die gesellschaftliche Demokratisierung auf der einen und die Gleichstellung der Frauen auf der anderen Seite ein voneinander abhängiger Prozess ist. Die Gleichstellung darf dabei nicht nur ideell oder formal bleiben. Sie muss sichtbar und praktisch werden, indem die Frauen in allen wichtigen gesellschaftlichen Sphären vertreten sind. Alle öffentlichen Positionen werden dabei paritätisch mit einem Mann und einer Frau besetzt. Die Rechte der Frauen sind verloren gegangen und die Frauen werden unterdrückt. Die Probleme, unter denen sie leiden, haben mich zum Nachdenken gebracht. Das war der Grund für mich, hier mitzumachen, damit ich Frauen unterstützen kann. Es gibt sehr viele Hilfesuchende, oft noch Kinder und naiv, die sehr leiden. Ihre Eltern denken wie in alten Zeiten. Einige werden als Minderjährige verheiratet, obwohl sie körperlich noch nicht so weit sind. Ich möchte helfen, dass es den jungen Frauen besser ergeht. Unsere Frauen, die kurdischen Frauen im Allgemeinen, sind noch teilweise unterdrückt. Ich sage nicht gänzlich unterdrückt, sondern zur Hälfte. Wie sind sie unterdrückt? Die Frau ist ökonomisch und finanziell von ihrem Mann abhängig. Ein Haushalt mit vier bis fünf Personen wird nur von einer Person versorgt. Und das reicht oft nicht aus. Was sind die schwerwiegendsten Probleme, mit denen ihr hier konfrontiert seid? Manche Männer schlagen und demütigen ihre Frauen. Das wollen wir beenden. Vor ein paar Wochen kam eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wurde. Ihr Gesicht war ganz blau. Wir haben uns lange bemüht, bis wir das Problem lösen konnten. Es gibt jetzt bei uns ein neues Gesetz, das die Polygamie verbietet. Darüber bin ich sehr froh. Nicht, weil ich Angst habe, dass mein Mann eine zweite Frau ins Haus bringt. Nein. Es gibt hier festgefahrene, traditionelle Strukturen, patriarchale Muster. Und zwar auch nicht nur bei den Männern. Und das ist so ein bisschen die größte Herausforderung, beziehungsweise das Element, was das am meisten irgendwie zu bearbeiten verlangt und die größten Reibungen versucht. Aber gleichzeitig die Fläche, an der man sich nach vorne bewegen kann. Wie siehst du die Frau heute? Das ist nicht mein Interesse. Nein, im Ernst. Fühl dich frei und sprich. Sieh mal, dass die Frau heute frei ist. Im allgemeinen Sinn. Dass sie mündig geworden und im öffentlichen Raum aktiv ist. Davon profitieren wir alle. Als ich um die Hand deiner Tante angehalten habe, traute ich mich nicht, sie anzuschauen. Und sie traute sich nicht, den Männern Tee zu bringen. Aber für die Jungen und Mädchen heute ist es viel entspannter. Zu unserer Zeit haben die Väter über ihre Töchter bestimmt. Du weißt es ja. Zum Beispiel meine Heirat oder die deines Vaters. Ohne väterliches Einverständnis ging gar nichts. Heute entscheiden die jungen Leute selbst. Natürlich beraten sie sich noch mit ihren Vätern. Das gehört sie so. Aber in einem akzeptablen Rahmen. Und das ist sehr gut. So sagt es auch der Islam. Du sollst nach deinem Wunsch und freien Willen heiraten. Doch unsere Väter haben dies durch ihre gesellschaftlichen Regeln und Traditionen ins Negative verkehrt. Seit Beginn der Revolution sind wir dabei und haben viel erlebt. Sowohl Schwieriges als auch Positives. Wir haben auch die Kraft und die Organisation der Frauen innerhalb dieser Bewegung kennengelernt. Mit Fortschritten wie mit Rückschritten. Gott sei Dank, es hat sich vieles verbessert und zunehmend positiv entwickelt. Ich bin seit drei Jahren aktiv und repräsentiere die Frauenkommune. Wir arbeiten viel. Ich spreche nicht nur für mich, sondern viele Aktive in den Kommunen sehen es ähnlich. Wir machen sehr viel für die Gesellschaft, arbeiten viel und strengen uns sehr an. Wir vernachlässigen dabei zum Beispiel die Hausarbeit oder unsere Kinder und Familien. Wir gehen in die Kommunen und erledigen die dortigen Aufgaben. Nimm viel an politischen Aktivitäten teil. Unsere Kritik an den Verantwortlichen der höheren Ebenen, obwohl wir von allen Ebenen der Selbstverwaltung die größte Last tragen und die meiste Arbeit erledigen, wird unser Einsatz nicht entlohnt. Aber obwohl wir ohne Aufwandsentschädigung so viel arbeiten, habe ich persönlich einen Nutzen davon gehabt. Ich habe meinen Horizont und mein Bewusstsein erweitert. In intellektueller und moralischer Hinsicht. In der Kommunearbeit habe ich viel mit anderen Menschen zu tun und die Gesellschaft besser kennenlernen können. Im politischen Bereich habe ich jetzt mehr Erfahrung. Ich kann meine und die Lage in Rojava besser einschätzen. Ich kann zwischen Freund und Feind unterscheiden. Und ja, es macht Spaß, wenn man gesellschaftlich aktiv ist und sich persönlich entwickelt. Ich wurde mir meines eigenen Wertes bewusst. Habe mich weitergebildet und viele soziale Beziehungen und Freundschaften geknüpft. Das gefällt mir an der Bewegung besonders. Doch wir kritisieren, dass es keinen Lohn gibt. Wenn es keinen Lohn gibt, werden die Kommunen scheitern. Und wenn die Kommunen scheitern, dann werden auch die Räte und die ganze Selbstverwaltung scheitern. Die Kommunen sind das Fundament. Sie erledigen die alltäglichen Aufgaben der Nachbarschaft und des Viertels. Wenn diese Basisarbeit nicht gelingt, dann scheitern die Menschen an den nächsthöheren Verwaltungsebenen. Dort kennen sie niemanden. Die Kommunen sind gut. Ich bin glaube ich, wir haben sie nicht eine Verwaltung. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Unsere Arbeit in der Kommune ist an erster Stelle Organisation und Verwaltung. Wir leisten viel für unsere Bürger. Überall, wo wir helfen können, zum Beispiel im logistischen Bereich. Wir arbeiten ab 8 Uhr morgens in der Kommune. Wenn die Menschen etwas brauchen, sind wir da. Ob Gas, Öl, Hilfsgüter, wir verteilen sie. Oder kümmern uns um Dokumente. In den ersten beiden Jahren hatten wir Schwierigkeiten. Die Menschen verspotteten die Kommunen. Aber in den letzten drei Jahren haben sie verstanden, dass wir für sie da sind. Es geht nicht um mich persönlich. Es geht um ein gemeinschaftliches System. Und die Leute wissen Bescheid. Wenn sie ein Dokument brauchen, dann kommen sie in die Kommune. Jemand brauchte dringend Öl. Wir haben es zügig organisiert. Wenn sie Winterhilfe erhalten wollen, müssen sie sich an die Kommune wenden. Die Menschen sind sehr zufrieden, wie die Dinge organisiert sind. Gestern zum Beispiel habe ich mich mit einem sehr schwierigen humanitären Fall beschäftigt. Ich habe ihn weitergeleitet, um seine medizinische Behandlung zu ermöglichen. Das alles kostet Kraft. Aber wir müssen es für unser Volk machen. Da, wo die Menschen hinkommen, sind wir verpflichtet, ihnen zu Diensten zu stehen. Wir müssen ihnen helfen, so gut es geht. Denn wir vergleichen uns mit den Frontkämpfern. Es ist in Ordnung, wenn wir uns auch anstrengen müssen. Denn wir müssen unsere Gesellschaft organisieren. Die Leute vertrauen jetzt dem System der Kommunen. Ich glaube, dass wir es innerhalb der nächsten zwei Jahre schaffen werden, uns wirklich autonom zu verwalten. Die Menschen werden sich selbst verwalten. Die Menschen werden sich selbst verwalten. Die Vorteile und Nachteile der neuen Selbstverwaltung? Man sollte ehrlich und gewissenhaft sein, wenn man spricht. Nicht übertreiben und fair sein. Die guten Dinge in Rojava? Zuallererst ist da zu nennen, dass die Region vor dem Chaos und der Herrschaft der Islamisten geschützt wurde. Stabilität und eine gewisse Freiheit haben sie in der Region realisieren können. Durch eine kluge Politik, sowohl im Inneren als auch mit den äußeren Kräften, konnte verhindert werden, dass unsere Region zerstört wird. Das alles wird die Geschichte der Bewegung zugute schreiben. Die Defizite? Das ist die andere Seite, über die man auch lange sprechen kann. Ich bin nicht in der Selbstverwaltung und Bewegung aktiv. Aber ich kann auf Basis meiner Beobachtungen sagen, dass die Aspekte wie Sicherheit und Stabilität, die für die Menschen am wichtigsten sind, die Defizite überwiegen. Sicher gibt es Defizite, ob man will oder nicht. Es ist eine neue Erfahrung. Die Krise hält an. Die Ressourcen sind knapp. Es fehlt an Expertise der Aktiven und viele Positionen sind fehlbesetzt. Es wird hier auch viel getratscht und Böses behauptet. Das ist sehr störend. Das ist sehr störend. Ich habe bei der Wahl zur Leitung der Kommune kandidiert und bekam 590 Stimmen. Ich hatte in Amude die meisten Stimmen. Eine wichtige Arbeit in der Kommune besteht im Ausstellen von Dokumenten. Ob es um die Leerung deiner Klärgrube, die Reparatur der Abwasserleitungen oder um eine Beschäftigung geht, all das musst du in der Kommune beantragen. Ohne sie kommst du nicht weiter. Um in einer öffentlichen Institution einen Job zu bekommen, muss jeder Bürger zu der für ihn zuständigen Kommune gehen, um die nötigen Dokumente zu erhalten. All das wird über das Kommunesystem organisiert. Das wird über die Demokratie beantragen. Wenn man von direkter Demokratie spricht, die an der Basis bei den Menschen anfängt, und gleichzeitig gibt es ein Zentrum, eine zentrale Kraft, die entscheidet, dann ist das ein großer Widerspruch. Im Alltagsleben stellen wir fest, diese Basisdemokratie auf der einen Seite und der Zentralismus auf der anderen, das passt nicht zusammen, wenn es denn so ist. Also, wie ich das verstehe, muss die Gesellschaft sich selbst verwalten, in jeder Hinsicht. Ob verwaltungstechnisch, sozial oder ökonomisch. Das Zentralistische steht dem entgegen. Damit die Basisdemokratie funktioniert, müssen dafür die Räume und Möglichkeiten geschaffen werden. Raum für Vielfalt und andere Positionen, in dem jeder mit seiner Identität und Besonderheit das Recht hat, zusammen mit anderen das gesellschaftspolitische Geschehen mitzugestalten. Auf diese Weise wird die Basisdemokratie realisiert und der Widerspruch gelöst. Auch auf der ökonomischen Ebene wird sehr widersprüchlich und dialektisch gehandelt. Zum Beispiel gibt es hier eine sehr kapitalistische Elemente der Wirtschaft, der ganz normale Handel wird betrieben, also Geschäfte bestehen, es werden Waren vertraut. Andererseits wird von der regionalen Verwaltung explizit ein wenig kontrolliert. Die Waren Ein- und Ausbau nach außen wird kontrolliert. Es gibt so auch planwirtschaftliche Elemente und eine große Absicht und Förderung, eine kooperative Wirtschaft als Grundlage zu nehmen. Aber ja, das ist also eine Balance zwischen verschiedenen Ideen mit dem Ziel, aber letztendlich eine Selbstorganisierung, Selbstverwaltung und Selbstversorgung der Ökonomie, der Menschen, der Kommunen, der Gesellschaft insgesamt herzustellen. Wir haben unseren Laden Schönheit der Frau genannt. Schönheit der Frau? Ja, Schönheit und alles, was die Frau braucht. Wenn sie in den Laden kommt, soll sie alles finden, was sie braucht. Wir sind hier zehn Frauen, die sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben. Am Anfang hat jede von uns 25.000 syrische Lira in die Genossenschaft eingezahlt. Wir hätten auch mit einem höheren Anteil beginnen können, aber diese Summe konnte jede von uns zehn Frauen aufbringen. Unser zentrales Motiv war, dass die Frauen aus dem Haus kommen. Wir sind nicht in erster Linie am Gewinn interessiert. Die Frauen haben zunächst eine Gruppe gegründet und besprochen, wie eine Genossenschaft funktioniert. Es hat sie überzeugt. Nachdem alle Frauen ihren Anteil eingezahlt hatten, hat der örtliche Frauenrat sie finanziell unterstützt, um den Laden einzurichten und die Waren einkaufen zu können. Manche der Waren hier werden von anderen Frauen hergestellt. Zum Beispiel Mützen und Schals, alles in Eigenproduktion. Diese Blusen hier stammen aus einer anderen Fabrik. Die Leute von der Fabrik verkaufen uns die Waren und wir verkaufen sie hier. Auch noch in anderen Farben. Es gibt bei uns auch Kinderbekleidung. Die wird ebenfalls in Eigenproduktion hergestellt. Auch in einer Kooperative? Ja, in einer Fabrik, die als Genossenschaft funktioniert. Die Kooperativen sind alle miteinander vernetzt. Früher hat die Frau in der Landwirtschaft gearbeitet und war am Bau der Häuser beteiligt, wie in vielen anderen Bereichen. Daran möchten wir anknüpfen und unsere materielle Unabhängigkeit wieder in die eigene Hand nehmen. Wenn du nur deinen Mann um Geld bittest, ist das beleidigend für dich selbst. Aber wenn du rausgehst, arbeitest und selbst verdienst, egal wie viel, dann bist du selbstständig und kannst froh sein. Wir sind mit unserer Arbeit zufrieden und möchten ein Beispiel für die ganze Welt sein. Mitten in unserer Revolution sind wir Frauen an der Kriegsfront im Einsatz gewesen. Das war genauso wichtig wie unsere Arbeit hier im Inneren der Gesellschaft. Das ist auch eine Front. Wir haben beides zugleich geschafft. Wir sind stark und weichen vor unseren Feinden nicht zurück. Wir stehen unsere Frau gegen alle Anfeindungen. Wir sind hier im Inneren der Gesellschaft. Wir sind die Frauennähwerkstatt in Kobane. Wir arbeiten hier mit acht Frauen und haben auch eine Leitung. Wir nähen Kleidung für Frauen und Kinder, für Erwachsene und Jugendliche. Die Ware liefern wir nach Kobane und in andere Orte. Wir wollen durch niedrige Preise die Gesellschaft unterstützen. Unser Arbeitsalltag hier ist sehr geschwisterlich, wie in einer Familie. Wir helfen einander. Die Arbeit ist wichtig für Frauen, damit sie selbstständig sind. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, als ich hier arbeiten wollte. Es gehört sich nicht, dass eine Frau rausgeht und arbeitet. Doch nach und nach, durch freundliche Diskussionen und durch Bildung, hat sich meine Familie überzeugen lassen. Weil Frauen und Männer gleichgestellt seien und gemeinsam für die Familie sorgen sollten. Und die Frau sollte dabei frei sein. Wir koordinieren jeden Schritt der Arbeit gemeinsam. Und wir diskutieren alle Anweisungen. Jede von uns hat auch ein Stimmrecht. Wenn alle etwas ablehnen, wird es nicht gemacht. Wir sind froh, dass wir hier unsere eigene Meinung haben und auch durchsetzen können. Wenn ich nach Hause komme, sagen die Nachbarinnen, gut, dass du arbeitest und mitverdienst. Wenn es für uns eine Chance gibt, möchten wir das auch. Aber manche haben noch altmodische Vorstellungen. Sie sagen, warum geht sie arbeiten? Das gehört sich nicht. Die Kinder sind noch klein. Warum lässt sie sie viele Stunden allein? Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Wir möchten mehr Chancen für die Frauen. Dass sie noch viel weiter vorankommen. Wir möchten mehr Chancen für die Frauen. Bei Gott, unser Alltag ist sehr schwer. Manchmal gibt es für einen Monat Arbeit und dann zwei Monate lang keine. Der Tageslohn als Bauarbeiter ist sehr niedrig. Manchmal bekommt man nur 3000 syrische Lira. Dafür kann man auch nicht mal ein Hühnchen kaufen. Wir sind froh, Gott sei Dank, wenn wir über den Tag kommen und etwas zu essen haben. Wenn nicht, sind wir geknickt, aber es geht weiter. Das Leben im Dorf ist sehr viel einfacher. Dort kannst du eigene Schafe halten. Du musst keinen Joghurt kaufen, du musst keine Eier kaufen. Auch Gemüse und Kraut nicht. Du musst noch nicht einmal Fleisch kaufen. Dir steht dort alles zur Verfügung. Du kannst vieles selbst anbauen. In der Stadt ist das total anders. Was kann man schon in unserem kleinen Hof anbauen? Vorher hatten wir einen Stall aber. Dann kamen Beamte und haben ihn geschlossen. Die ganze Nachbarschaft kommt zu mir. Sie wissen, dass ich Kissenbezüge nähe. Das Maximum, das ich täglich schaffe, sind zwölf Bezüge, davon sechs kleinere. Die Anzahl, die ich herstellen kann, hängt davon ab, ob ich Strom habe. Wenn es keinen Strom gibt, wie jetzt, kann ich höchstens die Hälfte meiner Arbeit schaffen. Wir haben eine bestimmte Routine, was unseren täglichen Arbeitsablauf angeht. Ich stehe auf und bereite das Frühstück vor. Mein Mann geht zu seiner Arbeit außerhalb des Hauses. Unsere Tochter geht zur Schule und ich gehe zur Kommune und erfülle dort meine Pflicht. Nach 13 Uhr komme ich zurück nach Hause. Wenn es Strom gibt, gehe ich an die Nähmaschine. Wenn nicht, bereite ich die Stoffe zum Nähen vor. Ja, wir würden lieber auf dem Land leben. Aber wir müssen hier leben, weil wir kein eigenes Land besitzen. Trotzdem kombinieren wir das Landleben mit dem Leben in der Stadt. Wir haben jetzt Schafe, obwohl wir in der Stadt leben. Wir haben Hühner und Enten. Wir ernähren uns von unseren Tieren, von ihrem Fleisch und den Eiern. Unser Leben hängt von unserer täglichen Arbeit ab. Ja, ich wiederhole meine Überzeugung, lieber auf dem Land zu wohnen. Aber wir haben eben kein eigenes Land. Und wir haben vieles, wenn es so haben wir. Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt. Die Bevölkerung von Amude baut Zwiebeln an. Und die Zwiebeln, die du hier siehst, werden von der lokalen Bevölkerung produziert. Manchen von ihnen gehört sehr viel Land. Und einige haben auf einer Fläche bis zu vier Hektar Zwiebeln angebaut. Wir kaufen ihre Zwiebeln auf und lagern sie. Wir verkaufen und exportieren sie in das kurdische Gebiet im Irak und nach Aleppo oder Damaskus. Hallo, wie geht's euch? Alles okay? Ja. Wo warst du? Ich war in meinem Geschäft. Ich verkaufe Grillhähnchen. Wie ist der Job? Naja. Bist du zufrieden? Mal so, mal so. Und dein Studium? Ich habe es aufgegeben. Warum? Wegen der Situation hier in Syrien habe ich mein Studium aufgegeben. Krieg schränkt uns alle ein. Er hier will sich auch einschreiben. Aber die ganzen Anmeldungen, Dokumente und Abschlüsse, das ist alles nicht mehr so einfach. Ich muss mich in Kamishli anmelden. Bei mir war es in Amude. Tja, Studium oder Beruf? Wir studieren noch. Du hast abgebrochen. Also bitte, ich rate dir, hör mit dem Studium auf. Du verdienst doch kein Geld, wenn du studierst. Einige Freunde von mir waren schon im letzten Studienjahr, aber sie haben das Studium trotzdem abgebrochen. Siehst du, das ist doch alles nutzlos. Auch ich habe Angst. Ich lerne und lerne, schreibe und schreibe und vielleicht werde ich es am Ende wegen einer Kleinigkeit nicht schaffen. Studieren ist nutzlos. Arbeite lieber und leb dein Leben. Und beim Lernen denkst du, ich muss ja auch noch den Wehrdienst leisten. Hier gibt es sogar zwei. Den für die syrische Armee und den für die kurdischen Streitkräfte. Gott sei Dank habe ich den Wehrdienst schon gemacht. Optimal wäre es, wenn du beide Wehrdienste abgeakt hättest. Dann kannst du frei rumlaufen. Man muss so viel bedenken. Soll man nun arbeiten, studieren oder Wehrdienst leisten. Unser Leben ist ganz schön kompliziert. Hör auf deinen Freund. Lass das Studium. Such dir eine Arbeit oder mach einen Laden auf. Und gut ist. Alle Menschen, die hier zusammen leben, sind jetzt gleichberechtigt. Das war vorher nicht so. Es gab unter uns Christen, Kurden und Araban einige Probleme. Doch jetzt sind alle gleichgestellt. Tatsächlich, wenn du dir unsere Region, vor allem Amudeh, anschaust, aber auch andere Städte in Nordsyrien sind so, die Menschen leben gemeinsam. Wir sind untereinander verwandt und sind Ehen miteinander eingegangen, haben soziale und gesellschaftliche Beziehungen. Wenn eine Trauerfeier oder Hochzeit stattfindet, dann sieht man, alle sind da. Wir picknicken gemeinsam, singen und tanzen gemeinsam. Wie du hier gerade siehst, ich habe zwei Gäste. Sie sind, ich will sie nicht in Araber oder Kurden unterscheiden, Sie sind aus Amudeh und gehören der arabischen Ethnie an, die hier schon immer lebt. Wir treffen uns, essen und trinken gemeinsam, singen zusammen. Warum? Warum? Ich will sie nicht in Araber oder Kurden unterscheiden, ich fünf Mal. Ich will sie nicht in Araber oder Kurden unterscheiden, wie Sie an sagen, sie können und dichмовischen Recher herrer 1949 wurden. Ich bin sie nicht in Araber oder beruhiging, als ich mich auf ihren König handwerken mäller sind, das ganze Moment zur Launch но vacunationец ist. Musik Die Idee dieser basisdemokratischen Selbstverwaltung, die beruht ja oder lebt ja essentiell von der Selbstorganisierung der Gesellschaft. Und wir sind hier, wie gesagt, im Nahen Osten, was über Jahrhunderte, Jahrzehnte die Gesellschaft unterdrückt war und eine, wie soll ich sagen, eine sehr passive Haltung, Sozialisierung der Menschen irgendwie hier vonstatten gegangen ist. Also wir haben auf der einen Seite ein Modell oder ein Gesetzesmodell, der eine Aktivität von Menschen voraussetzt. Auf der anderen Seite haben wir eine Region mit einer sehr unterdrückten Geschichte und sehr passiven Geschichte und das gilt insbesondere für die Frauen. Aber man kann das auch anders sehen und sagen, aufgrund der Unterdrückung, aufgrund der Erfahrung bestehen sehr viele Potenziale. Wir haben hier ein 400 Quadratmeter großes Grundstück, das wir nutzbar machen wollen. Wir wollen darauf ein Restaurant bauen. Wir werden alle Einrichtungen der Selbstverwaltung mit Essen beliefern. Und alle arbeitenden Menschen, die keine Zeit zum Kochen haben, können bei uns traditionelles Essen aus Amuthe genießen. Wird das Restaurant auch eine Kooperative sein? Ja, das wird so sein. Zehn Frauen, zwei Köchinnen, eine Buchführung, einige zum Spülen, einige zum Bedienen und eine Geschäftsführerin. Sie alle werden das Restaurant gemeinsam betreiben. Der Gewinn wird unter allen zehn Frauen aufgeteilt. Das wichtigste Ziel ist nicht das Geld, nein. Wir müssen alles schön einrichten. Natürlich mit Internetanschluss. Uns geht es auch darum, die Augen zu befriedigen, nicht nur den Magen. Verliebte Pärchen, die sich sonst nur auf der Strasse treffen, können in diesem Restaurant zusammensitzen. Wir haben viele Verlobte, die ausgehen möchten. Aber es gibt kaum Orte, wo sie in der Öffentlichkeit beieinander sitzen können. Beide Seiten werden glücklich sein. Allen Verliebten geht es gleich, ganz egal, ob bei euch in Deutschland, in Europa oder bei uns hier. Wir haben auch Verliebte. Die wollen sich in der Öffentlichkeit aufhalten. Ich schicke meine Stimme an all unsere Familien, die in die Fremde nach Europa gegangen sind. Ich kann sagen, dass sich unsere Situation hier verbessert. Ich möchte, dass alle in ihr Land zurückkehren, weil unser Land sie braucht. Vor allem in der jetzigen Situation des Aufbaus. Wir möchten, dass möglichst viele unserer Kurden hier leben. Sehr viele sind emigriert. Wir sind zerbrochen, weil sie nicht hier sind. Warum sollte Europa von ihnen profitieren? Ihr Land braucht sie. Statt dass sie dort arbeiten, sollen sie hier arbeiten. Wir wären sehr froh, wenn sie zurückkämen. Ihr Land wäre stolz auf sie. Und ihre Heimat würde sich dank ihrer Arbeit fortentwickeln. Und hier ist sie, wenn sie hier arbeiten.